so und da sind wir wieder immer noch hängt er fest nutzt einmal den alles trank wie will man das denn machen sich wieder mit ihm jetzt einfach den schlangenpass weißt du wie kann ich eigentlich alle doing boards offen ich weiß gar nicht wie ich dich rufen kann also sie in einem kreis aufstellen ja 7 in einem kreis dann wären es fünf wenn einer in der mitte ist von sieben ja aber zu sechsten kreis das geht schlecht die folge meine phrase der weg dauert übelst lang und durch die befeuerten dingens hier kann ich gar nicht mal sehen ob der weg ist oder nicht der trank reicht übrigens für zehn minuten ich hole mir da noch was zu essen die werfen natürlich nachher alle weg was die goldenen äpfel wenn du niemals wieder rauskommst übrigens das projekt wollte er nicht ich ich war ja für saiyans froh wo bin ich dabei hat man da wo bin auf die map guckst wo bin auf die map guckst was machst du eigentlich in der ganzen zeit mein zeug hättest du die ganze zeit holen können wo jetzt gehe ich ab ok was habe ich jetzt gemacht man hat den windows sound vernommen ich glaube das können wir nochmal neu machen alles ich bin noch nicht am ende ich weiß echt nicht wie man das mit den blöcken machen soll um shenlong zu rufen guckst du ja im internet an brauchst du eh nicht der bringt mich nicht wieder ins leben zurück doch nein also wie war die ip ich habe keine ahnung guck doch na 102 punkt nein das ist nur das ende 60125 könnt ihr ja gerne mal eingeben ich würde euch eh nix nützen da ein ladenserver ist und ihr dann eh nicht drauf kommen könnt kurz sprach es werde licht da war das licht wie lang noch wie wie lang noch ja wie lange der scheiß weg noch dauert und dragonball hat das richtig viel äh so richtig lang gedauert mit den folgen da dauert immer alles lang wenige fehler dragonball charaktere braucht man um eine glühbirne auszuwechseln ein aber es dauert fünf folgen lang jetzt legtet warum legtet jetzt ich kann nicht mal mehr laufen und von dir hört man eh nur das das ganze ich schnaufe ich schnaufe nicht das ist mein äh ventilator der macht komische geräusche fliegen würde ich jetzt gerne ich habe gehört dass man als super seier ganz schnell ist wenn ich jetzt auch mal einer wäre ich bin jetzt schon bei 3000 also minus 3000 irgendwert ich bin immer noch nicht da ich bin immer noch nicht da meine phrase fliegt man so langsam ja und jetzt steht der wieder ja so ist man recht schnell im fliegen ja und ist doch scheiß egal ich musste nur eben das biome wechseln also hättest du ja wenigstens mein zeug aufheben können als ich gestorben bin war es zu weit weg das war gar nicht weit weg das war voll in den nächsten biome und das ist gar nicht weit weg gewesen nur ein paar schritte und eine ganze folge lang nur hier rüber laufen sehen sie wahrscheinlich alle und wenn der mich da nicht zurück bringt das ist das wenn deine punkte davon also das was rechts steht ich bin da ich bin da das sieht aber nicht aus wie der meister kario planet das kann ja auch einer von den anderen vier sein das ist einfach nur eine platte wie kein auto nein kein auto glaube ich ich sehe es ja nur von unten ich habe es noch nicht von oben gesehen auch nicht dieser affe das sieht aus wie ein meister karios planet ja ich bin da und wir müssen uns hier verabschieden und wir sehen uns in der nächsten folge Ciao Ciao